Zack. Und schon sind wir da. Jetzt müssen wir nur noch laden. Und dann geht's los. Oh je, sag ich da nur. Oh je. Ob dat was wird? So, start. Bass, Alt, See, Beck, 4, BDA, Hut anzeigen. What? Ist der fuck alt? Links? Und C? Ne, was? X? Hä? Ich versteh's nicht. Hm, nein. So. So, mal gucken hier, was man so... Lurabritsche, blablabla, blablabla, pick up. Wo ist denn mein Geliebter? Mein Geliebter. Tja, der ist weg. Was sind das für ein geiles Geräusch? Ja. Geiler Scania, guck dir das an, du. Ja, du leck mich im Arsch hier. Der sieht immer geil aus. So, was kann der? Milch fahren, oder wie? Hoffi, haha. Ich meinst du. Rampe ausfahren? Was ist das für eine Rampe? Oh, man kann ja irgendeinen aufmachen, oder was? Okay, Edmund. Aha. Da. Dann fahren wir's mal lieber rein. So, was gibt's denn sonst noch so was? Hm, nicht viel. Ähm... Salat, Tomaten, geben wir mal Wasser auf. So, wir könnten aber auch mal ganz kurz, ähm... Find. Was für ne Treckerparade hier. Mann, 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 Mann. Da steht er. Mein Klaus. Ist ja gar nicht mein, ist ja gelogen. Hier ist noch ein bisschen was Mistiges drin, die sind ohne schlecht aus in der Case, wo die Lichter sind ein bisschen scheiße aus oder sonst, aber SONST? So, drüben stehen auch noch zwei KWs, er ist schon runtergeladen oder was, drüben Ich muss gleich mal geschwind telefonieren und dann starten wir richtig mit Zocken und so Ich hoffe ich kann relativ lange Tricks, wenn die immer wach wird und so So, bis gleich Was soll denn das heißen? Ja, was denn? Dass du untergehst? Oder wie? Was soll das heißen? Wo? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, bei deinem Internet? Achso, ne, mitunter gehen? Ja, weißt schon, ne? Möchtest jetzt hier das Breittreten im Stream. Äh, so, warte, wir brauchen hier NMN mit, äh, das da. Ja, was ist denn das? Hat ja jetzt noch Köhle drin, oder was? Wieso? 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 Wieso ist das nicht leer? Oh, wie geht denn der ab? Okay, dann drückt mal 40 Grad und schritt los. So, ich müsste jetzt immer leer machen, wie es denn? Mal liegen. Das wird natürlich ein bisschen unbesiegt. Wenn wir nicht wissen, kriege ich dann hier ein. Ich fahre mal ein Dillefass hin. Dann wird. Und hier haben wir schon wenigstens Fenster auch. Ich weiß nicht, da kommt jetzt die Vordergrüße. Und raus her. So. Ich muss jetzt ausschränken, das Tor aufmachen, oder wie? Da ist der Hof geschlossen nachts. So. Na, so schön. Jetzt kommt noch mal rein. Da haben wir uns gekontert mit der TS-Fahrer. Da haben wir uns ja natürlich bombenmässig rumgedreht, die Kiste seitdem. Ich sage mal immer. Genau. Wachmäßig. Das Tor schlägt sogar. Da haben wir auch gar kein Trick noch gegen die Tore erst um 6 Uhr. So, oder was? Oh, da sind wir da. Da sind wir noch so viel. Da haben wir noch in den Hof. Und rum. Na guck, 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 guck. Oh, schlicker. Oh, irgendwie passt dann hier auch noch ein Hinterfaender. Und noch mal. Ne. Ich konnte nicht mehr ausfahren. So. Äh. Ich hab immer beim Evi Lenken gehabt. So. Dann fahr ich mal zurück. Naja. Hab ich halt noch einmal auf dem Weg. So. Dann fahren wir halt die Hand fort. Dann ... 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 das ist ja lustig der LKW blinkt links und der Hänger blinkt rechts und wenn ich jetzt rechts blinke, dann blinkt der LKW rechts und der Hänger links bleibt das jetzt? blinkt nicht wir fahren einfach ich geh es kurz, sowas ist es dann geh es wenn wir was arbeiten, darf ich mir schon auf dem Kopf herrscht ich geh es kurz So, äh, das finde ich jetzt auch scheiße, das gibt jetzt keine Sachen. Können wir noch mal gucken, ob wir nicht in die Beinkammer sind, das ist schon mal Minecraft. Da ist ja nichts Arbeiten da. Das Feld könnte man gucken, ob wir nicht mehr drauf sind, aber jetzt ist ja echt alles was wir wissen, das ist so, äh. Ich komme mal rein, aber. Gibt es scheiß drauf, ne? Das ist ja eine zentrale Torsteuerung. Och, Männö. Da muss ich mich doch wahrscheinlich gleich mal im Forum schlaumern. Wo das steht. Und eben mal rein. Du findest nicht ganz sicher. Du findest nicht mehr auf 12.000. Du findest nicht mehr auf Spanish, denn anywhere oder? Du findest nicht mehr auf Risiken. gibst du den Start sollte bitte nicht mehr von potdarstuhren oder was in der Natur? Du dir grund gratuit. Hab Hen. Und ich bin nivel gegen deutscher Ge fenceels ele. Mit der Nähe gibt uns wieder welche Einsam occur. precisely. Vielen Dank.